Vermutlich erleben wir gerade die größte Bitcoin Manipulation in der Geschichte von Bitcoin. Und wir erleben das genau wenn wir zögerlich sind, die großen Anleger Bitcoin kaufen und das machen sie über eine spezielle Methode, damit wir das nicht mitbekommen. Darüber sprechen wir in diesem Video genau über diese Methode, was das für uns bedeutet, was genau Goldman Sachs in Bezug zu Bitcoin zu machen versucht, worauf du unbedingt achten musst und wir schauen uns konkrete Daten von Krypto Hedgefonds an und was die uns zeigen ist sehr seltsam. Bevor wir starten freue ich mich wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und den Kanal falls du es noch nicht getan hast abonnierst, das Video stellt keine Finanzberatung dar. Eine Sache noch, achtet bitte auf die Scammer und Fake Accounts von mir, die es hier auf YouTube und auch auf Telegram gibt. Aktuell befinden wir uns im Fear & Greed Index, also dem Angst und Gier Index bei 15. Als die Krise im März 2020 war, hatten wir einen Fear & Greed Index von 8 und als es zu dem Bitcoin Crash in 2021 kam, lag der Index bei 11. Und während die meisten zögern Bitcoins zu kaufen, können wir sehen wie Bitcoin Wale und große Anleger gerade zu dieser Zeit mehr und mehr Bitcoins kaufen. Und das machen sie durch OTC Desks. Und diese OTC Desks erleichtern den Handel für große Unternehmen, die Bitcoins kaufen oder verkaufen möchten, ohne dass der Markt dadurch bewegt wird. Und in der Vergangenheit konnten wir immer sehen, dass zunächst FUD geschaffen wurde, also Angst, Unsicherheit und Zweifel, es kam zu einem Crash, einer Bodenbildung und danach zu einem großen Anstieg bei Bitcoin. Daher falls du daran denkst deine Bitcoins zu verkaufen oder auch zu kaufen, schau dir unbedingt das Video bis zum Ende hin an. Und auch wenn es sein kann, dass der Bitcoin Kurs noch einmal fällt, können wir aus diesem Chart hier erkennen, dass wir das schlimmste vermutlich schon erlebt haben. Wir sehen hier das gesamte Handelsvolumen, das auf den OTC Plattformen getätigt wird. Doch was ist das? Der OTC oder Over-the-Counter-Kryptohandel ist eine Alternative zum Handel an den Kryptohandelsplattformen. In der alten Finanzwelt ist der OTC-Markt ein Ort, an dem die Parteien in nicht standardmäßigen Mengen und zu Preisen tätig werden können, die an der New Yorker Börse, der Chicago Mercantile Exchange und anderen öffentlichen Orten nicht verfügbar sind. Der OTC-Handel ist auch bei Firmen beliebt, die die Notierungsanforderungen von mehrerer Börsen nicht erfüllen können. Für Kryptohändler ist der Hauptgrund für den außerbörslichen Handel der Mangel an Liquidität an den Börsen. Denn bei geringer Liquidität ist es schwierig zu stabilen Preisen zu kaufen und auch zu verkaufen. Kurz, wenn jemand mit viel Geld, also die großen Wale oder andere große Anleger Bitcoins kaufen wollen, dann können sie nicht einfach zu den Kryptohandelsplattformen gehen und Millionen dort investieren. Das würde dann zu einer riesigen Verzerrung des Marktes führen. Daher nutzen sie den OTC-Handel und nahezu jede Kryptohandelsplattform verfügt über so etwas. Das heißt, darüber akkumulieren sie ihre Bitcoins, ohne dass es zu einem drastischen Anstieg oder Absturz des Preises kommt. Und diese Grafik, die du hier siehst, misst nur drei OTC-Handelsplattformen und es gibt Hunderte. Nochmal, das hier sind die Daten von drei OTC-Desks und es gibt noch viel, viel mehr davon. Doch diese drei sind die größten und sollen den Markt letztlich repräsentieren. Und auch wenn das Volumen hier nicht so hoch aussieht und nur ca. 8000 Bitcoins gekauft wurden, denkt daran, das sind nur die drei größten OTC-Desks, die hier abgebildet sind. Und der erste Anstieg war zur Zeit, als es zum ersten Crash bei Bitcoin kam. Das war zur Zeit, als Elon Musk getwittert hat, dass er mit Bitcoin fertig ist und Tesla keine Bitcoins mehr akzeptieren werden. Und was du auch hier erkennst ist, dass wenn es zu einem Absturz des Bitcoin-Preises kommt, geht die orangene Linie nach oben. Was es hier bedeutet ist, während sich viele Gedanken darüber machen, ob sie ihre Bitcoins verkaufen, kann sie zur gleichen Zeit sehen, wie große Anleger ihr Geld in Bitcoins investieren. Sie kaufen die Bitcoins durch den FUD, der geschaffen wurde. Und das können wir auch wieder in einem der letzten Berichte von Goldman Sachs sehen. Sie hatten eine Umfrage mit verschiedenen Chief Investment Officers durchgeführt. Ein Chief Investment Officer ist ein Manager, der die Investitionen des Unternehmens steuert bzw. betreut. Aufgabe des CIO ist es, das Vermögensportfolio des Unternehmens zu verstehen, zu verwalten und zu überwachen sowie Strategien zur Förderung von Wachstum und die Zusammenarbeit mit Investoren zu entwickeln. Ferner hat er Risiken aus den Investitionen zu erkennen und zu vermeiden. Und Goldman Sachs hat genau die befragt und deren Antwort war, dass Bitcoin das am wenigsten bevorzugte Investment ist. Denkt daran, vor kurzem hat Goldman Sachs noch angegeben, dass sie mit dem Handel von Kryptowährungen starten wollen. Goldman Sachs wittert lukratives Geschäft mit reichen und risikofreudigen Kunden. Und dazu kommen wir gleich noch, die Investment Bank springt jetzt mit einem eigenen Handelsstream auf den Bitcoin Zug. Ein klares Signal an die Wettbewerber und an die Wall Street. Oder Goldman Sachs hat auch geschrieben, Bitcoin ist jetzt ein investierbarer Vermögenswert. Kunden behandeln Bitcoin als neue Anlageklasse. Und in der Umfrage lag Bitcoin bei Null. Was sagt uns das? Wir haben auf der einen Seite, dass die CIOs sich nicht für Bitcoin interessieren und auf der anderen Seite werden über OTC Desks massenweise Bitcoins gekauft. Die Frage die ich mir stelle ist folgende. Wir konnten zum Bitcoin Crash in 2021 eine Veröffentlichung eines Internet Nutzers sehen, der angegeben hat, dass es zum Crash kommt, wie lange der Crash gehen wird und wie tief der Bitcoin Kurs fallen soll. Wir wissen auch aus anderen Bitcoin Videos auf dem Kanal, dass es in der Vergangenheit zuerst immer zu FUD kam, dann haben die großen Anleger Bitcoins gekauft und dann kam es zu einem starken Anstieg des Preises. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Was ist, wenn der FUD, den sie jetzt veröffentlichen, aktuell nicht mehr hilft? Wir sehen wie sich Elon Musk nahezu täglich richtig Mühe gibt. Jetzt diese Aussage von Goldman Sachs und viele andere negative Nachrichten und trotzdem bleibt der Bitcoin Kurs relativ stabil und hatte sich zeitweise sogar erholt. Was ist, und das ist nur eine Theorie, was ist, wenn die großen Anleger mit dem Bitcoin Preis noch nicht zufrieden sind und wollen, dass der Preis weiter sinkt? Eine Umfrage der Bank von Amerika. Long Bitcoin ist der am stärksten frequentierte Handel im Vergleich zu allen anderen und trotzdem sagen 75% der Fondsmanager, dass Bitcoin eine Blase ist. Letztlich sagen sie eine Sache und machen eine andere. Das heißt sie sagen, dass man nicht in Bitcoin investieren sollte und kaufen auf der anderen Seite Bitcoin. Was ist, wenn der FUD nur verbreitet wird, damit sie für sich und ihre Kunden mehr Bitcoins kaufen können? Spannend an der ganzen Sache ist auch, dass in einem Bericht von PricewaterhouseCoopers zu den Crypto Hedgefonds diese Entwicklung komplett anders dargestellt wird. Sie gehen davon aus, dass das gesamte verwaltete Vermögen, also die Assets under Management von Crypto Hedgefonds im Jahr 2020 von 2 Milliarden US Dollar im Vorjahr auf fast 3,8 Milliarden US Dollar in 2021 gestiegen sind. Es hat sich also nahezu verdoppelt und das Jahr ist noch nicht mal zu Ende. Der Anteil der Crypto Hedgefonds mit Asset under Management ist von 35% auf 46% gestiegen und das durchschnittliche Vermögen der untersuchten Fonds stieg von 12,8 Millionen US Dollar auf 42,8 Millionen US Dollar. Und was zusätzlich noch spannend ist, dass die investierten Vermögen im Durchschnitt um das 15-fache gewachsen sind und die überwiegende Mehrheit der Anleger in Crypto Hedgefonds sind entweder vermögende Privatpersonen oder Family Offices und dieser Anteil ist 30% und sie investieren zu 92% in Bitcoin gefolgt von Ethereum 67%, Litecoin 34%, Chainlink 30%, Polkadot 28% und Aave 27%. Und wie diese Grafikzeit korreliert die Einführung aktiv verwalteter Crypto Fonds stark mit dem Preis von Bitcoin. Der Preiseinstieg im Jahr 2018 scheint ein Katalysator für die Einführung weiterer Crypto Fonds gewesen zu sein, während der Rückgang im Jahr 2018 dazu führte, dass 2019 weniger Fonds aufgelegt wurden. 18% der Umfrageteilnehmer, also 18% der Crypto Hedgefonds wurden im Jahr 2020 aufgelegt, als die Preise wieder stiegen. Und was wir aktuell wissen ist, dass im Hintergrund von den Banken Finanzprodukte in Bezug zu Kryptowährungen aufgesetzt werden, sodass sie diese ihren Kunden anbieten können. Das heißt, das große Geld kommt vermutlich bald. In dem Bericht wurden auch die Crypto Hedgefonds befragt, ob sie nach dem Marktcrash im Jahr 2020 eine Änderung ihrer Strategie in Bezug zu Bitcoin und Kryptowährungen gemacht haben. Die Antwort war zu knapp 60%, dass sie keine Veränderungen vorgenommen haben. Das heißt, dass sie trotz des Bitcoin-Crashs der Entwicklung von Bitcoin positiv gegenüber eingestellt sind. Und wie du hier sehen kannst, bleiben die befragten Teilnehmer des Reports optimistisch in Bezug zu Bitcoin. So schreiben sie, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des Berichts sich der Bitcoinpreis bei 59.000 US-Dollar befunden hat und alle Befragten für Ende 2021 von einem höheren Wert ausgegangen sind und ein Median von 100.000 US-Dollar pro Bitcoin prognostiziert wurde. Tatsächlich lag die Mehrheit der Prognosen im Bereich von 50.000 bis 100.000 US-Dollar – 65% haben das gesagt – weitere 21% prognostizierten Preise zwischen 100.000 und 150.000 US-Dollar. JP Morgan geht von einem Bitcoinpreis bis Ende 2021 von 130.000 US-Dollar aus. In Bezug auf die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährung lag der Kryptomarkt zum Zeitpunkt des Abschlusses der Umfrage bei etwa 2 Billionen US-Dollar. Und auch in Bezug zur Marktkapitalisierung sind die Fondsmanager optimistisch eingestellt. Über 76% der Fonds gehen davon aus, dass die Marktkapitalisierung in 2021 über dem aktuellen Niveau abschließen wird, wobei der Median bei 3 Billionen US-Dollar prognostiziert wird. Letztlich fallen die meisten Prognosen in den Bereich von 2 bis 5 Billionen US-Dollar. Das heißt auch wenn die Daten des Berichts den aktuellen Bitcoin-Crash nicht mit umfassen, können wir doch sehen wie optimistisch Manager von Crypto-Hedgefonds in Bezug zu Bitcoin sind. Und dass sich ihr Ausblick auf Bitcoin trotz des Crashs in 2020 nicht geändert hat. Daher können wir davon ausgehen, dass sich diese Meinung in 2021 auch nicht geändert hat. Eher, dass sie den Crash genutzt haben um weitere Bitcoins zu kaufen. Selbst Greg Voss, was in diesem Video angesprochen wurde, hat gesagt, dass er selbst wenn die Wahrscheinlichkeit bei 95% liegt, dass Bitcoin auf Null fällt, er weiterhin in Bitcoin investiert. Er sieht genauso wie die Hedgefondsmanager und viele andere auch das Potenzial in Bitcoin. Und zusätzlich berichtet die Finanzministerin der USA, dass höhere Zinsen gut für das Land wären. Wir wissen, dass eine hohe Inflation nicht den normalen Menschen hilft, sondern nur den reichen. Denn deren Anteil an den Dingen, die durch die Inflation drastisch steigen, wie beispielsweise Lebensmittel, Wohnen, Energie oder Transport ist im Verhältnis zu ihrem Einkommen nur sehr gering. Wohingegen die normalen Menschen davon richtig betroffen sein werden. So sagt Yellen weiter, wenn wir am Ende ein etwas höheres Zinsumfeld hätten, wäre dies tatsächlich ein Plus aus Sicht der Gesellschaft und der FED. Das ist richtig, wenn wir einen freien Markt hätten. Letztlich ist eines Fakt, es bleibt spannend, wir wissen nicht wie sich die Zukunft entwickelt und lass sich nicht von dem FED beeinflussen. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, teile das Video und schau dir jetzt die Bitcoin Playlist an. Wir sehen uns im nächsten Video, bis gleich.